Aha, wir müssen ihn vielleicht mit Bix ablenken, oder? Weil er scheint so ein Horcher zu sein, also der hört, wenn jemand laut ist. Oder auch nicht. Ups, was war das denn jetzt? Treibe die Bleiche. Bix, komm mal her. Genau. Kann er ihn nämlich ablenken? Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Ah, ja genau, das macht ihn nämlich ganz wuschig. Okay, also wir können laufen, wenn die Lichter hier grün sind. Dammit, okay, ich darf wirklich keinen Zentimeter laufen. Ich darf nur laufen, wenn die Lichter grün sind. Und sofort wieder stoppen. Wieso hat er mich denn jetzt entdeckt? Ah, da drüben brauchen wir wahrscheinlich wieder Bomber bei diesen ganzen Felsbrocken. So, ich will jetzt erst mal ganz genau warten. What? Wieso? Das kopiere ich nicht. Jetzt ehrlich, das kopiere ich nicht. Okay. So. Oh, bin ich hier Bomber gar nicht gescheit treffen? Scheiße. Das ist jetzt eher um, weil da vorne ist nämlich ein Speicherpunkt. Ah, der ist einmal zu lange laufen, aber von dahin treffe ich ihn gar nicht. Ach, Mann, wieso? Boah, das gibt's nicht. Okay, das ist ganz schön tricky hier. Oh, meine Fresse. So. So. So, ich muss hier ganz vorne stehen bleiben, sonst treffe ich ihn nicht. Ah, Speicherpunkt. Wow, scheiße. Oh, Gott. Come on. So. Wurms, Baby. Gut, aber hier trifft er uns jetzt nicht, oder? Ich hoffe es mal nicht. So. Ah, siehst du, wusste ich doch, dass wir jetzt gleich Bomber brauchen. Müssen wir jetzt gucken, dass wir Bix hier rüber kriegen. Das war ja schon. Wie zur Hölle? Biebt der sich denn bitte hierher? Nein, gut, du musst jetzt recht sein. Komm, mein Freund, du musst erst mal klein werden. So, komm, Großer. Dann mach uns mal den Weg frei, genau wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ah, jetzt haben wir hier die Brücke. Die Frage ist nur jetzt... Scheiße. Äh, hä, hä, hä? Äh, hä, hä? Äh, hä, hä? Sekunde. Gut, aber das bringt auch was. Hier. Kann ich jetzt hier drüber springen, oder? I don't like this. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ach, guck mal, ich kann auch hier rüber. Ich kann auch hier hoch. Hier ist noch was zum Klettern. Ich muss hier aber einmal außen rum. Oh Gott. Kann ich ihn hier treffen? Nee, ich treffe ihn hier nicht. Da treffe ich ihn. So, Digga. Tut mir leid. So, müssen wir ihn gleich nochmal von hier aus zu treffen. Jetzt ist es wieder rot. Oh Gott. Ah, ich bin so früh losgelaufen. Das war eine ganz schlechte Idee. So, bloß kein Risiko eingehen. Ist es wieder rot, oder? Ah, ja. Oh Gott. Oh Gott, treffe ich ihn? Oh, scheiße. Treffe ich ihn gar nicht. Ist jetzt vielleicht auch egal, oder? Ja, ist egal. Super, 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 alles klar. So, dann sorgen wir mal dafür, dass die Bleiche sich hier verkrümelt, hoffe ich zumindest. Ein Traum. Ein Tringling. Ich danke dir. Tut mir leid. Ich habe mehrmals versucht, dich umzubringen. Ich bin es einfach gewohnt, so etwas zu tun. Jedenfalls muss ich dich bitten, das Sicherheitssystem umgehend zu verlassen. Betritt den Tempel. Gut, aber es ist alles wieder gut. Alles ist supi. Wir können hier einen Abflug machen. Me likes it. Junger Mann, du bist toll. Du hast das Undenkbare geschafft. Die grünen Bewohner und ich danken dir. Jetzt blockiert das Sicherheitssystem nicht länger den Weg zum Tempel. Nutze dieses Sprungfeld, um zu den Transportschienen zu gelangen. Sie werden dich zum Tempel bringen. Ich werde jetzt die Evakuierung des grünen Bezirks einleiten und dich weiter vorne wieder treffen. Okay. Na dann, hey ho, let's go. Gut, da sind wir. Ist nichts mehr zum Kaputtmachen. Wir haben, glaube ich, alle Pinsel. Oh, dann. Oh, shit. Ah, drücke A1, Ellen von einer schien zu anderen zu springen. Okay. Nicht funktioniert das so, wie man sich das vorstellt. Oh, shit. Wupsi, okay, das wird doch richtig tricky hier. Wupsi. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Oh. Oh nein, ich wollte doch auf die andere. Okay, boah, das kann dauern hier. Sag mal, hallo. Also nochmal. Das kann jetzt dauern hier bei mir. So, Sekunde langsam. Hier kann ich rüber springen. Ich sehe kaum was. Hier rüber. Dann nehmen wir mal die Richtung. So. Und, upsi. Jetzt hier auf die Seite. Nein, da rüber! Oh Gott. So. Ich glaube, hier können wir fast durchfahren, oder? Ja. Wunderbar. Das war es schon. Ah Gott. Es ist so einfach, aber doch so kompliziert. Da wollte er jetzt ums Verrecken nicht nach rechts springen gerade eben. Wunderbar. Betritt den grünen Tempel. Wo sind wir denn eigentlich jetzt hier wieder gelandet? Hier sind wir wieder am Anfang. So, Freunde. Kriege ich denn jetzt wenigstens von euch mal ein Dankeschön? Jetzt könnt ihr wieder in eure Häuser rein. Ist das nicht großartigst und wunderbarst und überhaupt? So, wir haben am Speicherpunkt hier vorbei. Schaden kannst du ja nicht. Ja. So, erstmal gucken, dass wir hier noch ein paar schöne Kristalle einsammeln. Das ist ja das Gute, dass alles hier nochmal spawnt. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier einsammeln. Ja, komm. Ist egal. Hier hinten ginge es wieder in Richtung Sicherheitssystem. Aber hier kann man ganz gut diese Kristalle halt wieder einsammeln. Kleinvieh macht eben auch Mist. Was kaufen kann ich jetzt aber nicht, oder? Wird es großartig. Habe ich schon irgendwas anderes freigeschaltet? Sieht nicht so aus. Nope. Goodie. Guck mal, hier hinten noch irgendwas. Draufgepupst. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar blaue Kügelchen. Die sollten wir auch mitnehmen. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber hier geht es jetzt endlich zum Tempel. Hier ist es jetzt endlich offen. Oh, der sieht aber ziemlich geschützt aus. Und ab dafür. Finde den grünen Geist. Na gut. Ist der grüne Tempel sehr naturbelassen? Es war ja klar. Ui. Hallöchen. Da ist er ja schon, der grüne. Wer seid hier? Wie in aller Welt seid ihr hier hereingekommen? Bruder. Wir wollten... Ah. Ihr wildklapp meinen Bruder entführt. Hilfe. Geistlepper. Der ist ja super. Geistlepper. Geistlepper. Du hast den Arm ab, mein Freund. So. Er ist jetzt da hinten. Oh, damn it. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Gute Frage. Kommt er hier rüber? Ja, hier geht's rüber. Verstehe. Jetzt warte doch mal. Okay, wie sollen wir dann jetzt hier hoch... Oh, es gibt wahrscheinlich hier so eine kleine Sprungmöglichkeit hier. Ach, hier geht's lang. Pff, sagt er doch. Okay, hier kommen wir nicht durch. What the... So, warten wir da hin. Kommen wir hier über diese Dianen drüber? Ja. Ähm, 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 ähm. Hier außen rum. So und so. Komm schon, komm schon. Wie war noch gleich der Code? Du bist vielleicht derjenige, der den Code kennt. Für die andere Tür im Rotenbezirk. Oh nein, was ist das? Pff. Okay, jetzt warte doch mal, Mensch. Ach, immer diese Hektik. Puh, hast doch nicht mal alle Tüten auf der Tasse. Wow, 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 das geht mir hier eindeutig so schnell. Upsi, sag ich doch. Oh, geh rüber. Okay, nächster Versuch. Ich meine, den grünen Geist zu tun war ja nicht das Problem. Ihn einzufangen ist eher das Problem. So, hier ist wieder... ...Water. Und er versteckt sich hinterm Baum. Finde den grünen Geist im Gebüsch. Na, ich kümmere mich aber erstmal um die Gegner hier. Na, komm her. Oh shit. So, drei feste Schläge scheinen auch schon ganz gut hier was zu helfen. Ach, das haben wir schon kaputt geschlagen. Hm. Können wir ihn denn finden? Ach, indem wir es umhauen. Tja. Das hilft wohl nischt. Da muss er hier drin sein. Yes. Dieser Typ. Jage den grünen Geist. Ah, ich seh nix. Oh Gott. Ah, das sieht doch ganz nach seinem Versteck aus, beziehungsweise nach dem Punkt, wo wir hin sollen. Boah, schon wieder 414, 438 Kristalle. Das haut richtig schön rein. Finkt das was, wenn wir hier die über hier hauen? Nö. Da trinkt jetzt nichts mehr. Wir müssen ihn ja nicht mehr finden. Gut, wo können wir hin? Wir müssen eigentlich hier hoch. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier runter. Oh, Schande. Ah, geh weg. So. Au. Oh, Shit. Oh Gott, das war knapp. Holla, die Waldfee alles nur für ein paar Kristalle und ich hoffe, dass es vielleicht noch hier einen Pinsel gibt. Oh, hier könnten wir Bomber gebrauchen. Gut, das versuche ich mir mal zu merken. Also hier wäre Bomber angesagt. Aber jetzt sollten wir uns doch erst mal um den grünen Geist kümmern. Und hier ist sonst nichts. So, mein Freund, ich habe dich gefunden. Ihr kommt hier nicht rein. Und ihr könnt mir nichts tun. Bruder, sie haben mich nicht entführt. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, klar. Sie haben dich dazu gezwungen, das zu sagen. Wir müssen ihn dort rausbekommen. Sprenge den Panikraum. Okay, ein Geist hat einen Panikroom. Ich bin begeistert. So, das heißt, ich brauche Bomber. Aber, kriegen wir denn den jetzt bitte her? Ich habe jetzt auf dem Weg hier nichts gesehen. Wo Bomber hätte sein können. Oder Bix. Hä? Ja, wie soll ich den denn sprengen, bitte? Was denn? Bomber oder Bix. Oder Ah, er ist gar nicht so weit weg. Wo ist er denn? Ist dahinter. Ah, shit, ich kriege ihn. Kann ich dich? Ja! Ja, so. Ach, du bist dahinter. Da muss man erst mal drauf kommen. Na, komm her. Ich dachte schon, irgendwie, irgendwo muss er doch sein. Das sind ja schon die Noten, die man so hier sieht. Durch das Pfeifen hier erzeugen. Voll süß. So, du großer Sabbel. Sabbel. Dann machen wir mal. Oh, Mann. Sch seed Was ist das